Ja, da seh ich mich auf einem Vladimir, da seh ich mich auf einem Vladimir. Oh, wir haben eigentlich, Entschuldigung, wir sollten eigentlich Song-Requests machen, ne? Wir sollten eigentlich Song-Requests machen. Song-Requests in a nutshell. Uh, Valkyrie, dankeschön für den Host. Sorry, ich habe keine Host-Alerts. Ich bin, ich bin broke. Oh boy, Alter. Wieso werde ich immer gehostet, wenn ich gerade mein erstes Game spiele? Ich werde einfach hinten. Wow, ich bin einfach tot. Ich habe den Damage voll unterschätzt, ich hätte einfach früher poolen sollen. Also, seid ihr ready für diesen Int, Leute? Habt ihr Bock? Ich habe einfach nichts gemacht, ich hätte alles machen können. Ich hätte Flash, Pool, war der, weil ich hätte alles machen können und ich mache gar nichts. Benachteil, oder? Wie lange sitzt der Typ denn hier in dem Busch? Ich bin so AFK dieses Game gerade, Alter. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie kein geiles Game gerade. Wenn ich ultet, wäre er einfach tot. Wieso verliere ich gegen sowas, Alter? Wieso inti ich meine Lane gegen so einen Spieler? Nein, ich inti einfach. Ich inti einfach. Ich inti einfach. Ich inti einfach. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich inti einfach. Also, halt real talk. Ich habe die ganze Zeit Flash, aber ich habe noch nicht ein einziges Mal geflasht dieses Game. Ich hätte ihn einfach töten können, wenn ich geflasht habe gerade. Was mache ich? Warum intiere ich so? Also legit, report me please. Hä? Was tue ich? Können wir mich einfach reporten? Was? Also, ich renne halt wirklich gerade runter, ne? Tut mir echt leid für mein Team, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Game so hart geintert habe wie gerade. Ich habe keinen Plan, was ich gerade mache. Wirklich. No front, aber du rennst einfach hinten rein. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, wieso ich das mache. Inszener Spieler. Also, sowas habe ich lange nicht mehr erlebt, ne? Ich dachte, meine Bronze Tage wären vorbei. Aber anscheinend will ich den Demode haben. Ist halt, also, interessant auf jeden Fall. Würde ich mal behaupten. Sollen wir irgendwie zurück ins Game zu kommen. Hat er. Hat er nicht. Hat er nicht. Oh, hat er doch. Aber he dead. Ja. Schönes Ding, Harry. Schönes Ding, Harry. Ich ihn einfach so hart rein, Alter. Also, ohne Scheiß. Das ist unbelievable. Wach auf, Alter. Was tue ich hier? Schaffen wir 0-10, Chat. Schaffen wir noch 0-10. 0-10 Power Spike, ja. Ich bin einfach nur weniger wert als ein Cannon Minion mittlerweile. 0-8 kommt ein Power Spike. Actually könnte der dann kommen, weil ich dann Mercs und diese Spellbeinheiten habe. Dann nächstes Mal Base gehen. Base gehen, Cup. Jedes Mal sind die genau am richtigen Zeitpunkt da, als ob die auf dich warten würden. Ja. Ich bin einfach out of position. Ich hab da nichts verloren. Also, legit da wo ich kein Stand habe, ich hab da nichts verloren. Die kommen jetzt auch safe wieder Bot, wenn ich den Drake machen und töte mich nochmal. 5-man-Bot, macht was draus Team. Ne, wir kommen auch lieber alle Bot-Lean, oder? Der ist hier schon AFK. Okay. Es ist halt echt insane, ne? Ich glaube, mein Team, die sind halt komplett tilt von mir. Genau AFK, glaube ich. Top-Diff, ich bin mittelnd gewesen. Wisst ihr, worauf ich's blame? Ich dachte, ich spiele gegen Galio und habe Magical Assist Runen und keine Amorunen. Deswegen konnte ich die Rille töten. 5-man-Bot gegen 07-Flat. Ja, die wollen mich aus dem Game raus zielten, aber mir ist das gar egal. Ich weiß schon, dass ich inter. Ich weiß schon, dass ich Omega inter dieses Game. Ich kann halt auch nichts mehr daran ändern. Was soll ich machen? Aber mein Team ist halt, also die wollen nicht mehr spielen. Die haben keinen Bock mehr auf mich. Verstehe ich aber auch. Die Rille ist tot. Tja. Einmal zu viel gehen tut mein Freund. One time too many. Sehr schön. Ich weiß, ob wir den Galio chasen sollten. Ah, wohl. Ich pflanze hier. Na, der ist dead. Der sollte dead sein. Good job, Jungs. Sehr schön. Wir können das actually gewinnen. Hätte ich nicht mehr holten müssen. Jetzt hinten die halt komplett. Leute. 08 Power Spike. Wer hat's gecallt vorher? Wer hat den 08 Power Spike gecallt vorher? Ehrenmann. Ehrenmann. King, alter. Der 08 Power Spike. Ich würd gern... Ist 30 Gold warten worth? Wir haben gerade gar keine Wave, ne? Ich hab TP. Ich warte, ich warte kurzes Gold. Ich hab da geallt. Ich hab da geallt. Null Not bad Sehr schön Wichtiger Kill Good job boys Jetzt weg hier Killing Spree, Alter, ich sag's euch The Flooding My Power Spark is real So, ich hab jetzt Sonya's Ich glaub ein bisschen Vision für unser Team Mit Spellwander hab ich halt actually good odds, dass ich halt jemanden von denen einfach one shoten kann Ich war doch irgendwie in der Base Deft, oh was machst du da? Das ist halt Turbo Int Ab 2 der Tower steht noch Oh boy Ich konnte kein Sonya's pressen Ich wollte aber es ging nicht Logo TP wurde gecancelt Unlucky Lucian ist aber ein Biest Reicht aber leider trotzdem nicht Wenn der Lucian rauskommt, sind wir fein Oh nice Überlebt sogar Die Gegner rennen halt so hart runter, ne? Das ist insane Die rennen so hart runter Flooding My Abuse zu Climb Ja 4-9 Flooding My Abuse Das Einzige was ich abuse es ist meine Teammates Ich hoffe Centen sieht das nicht Wie läuft der Climb? Ich glaub ich blende meine Team Ich blende meine Stats einfach aus Please live Please live Session Ich siehle im Panther Nein Ich siehle nicht Junge ich werde so hart gecarried Das ist nicht wirklich Es ist nicht mehr schön Es ist nicht mehr schön Jungs Ich sag's euch wie es ist Aber war ne Five Man Old, ne? Wenig Damage habe ich das safe nicht gemacht grad, ne? Das war schon ein guter Fight von mir, oder? Chat Kann man schon machen, oder? Na, aber halt safe Wenig Damage habe ich da grad nicht gemacht Da wird geintet, Jungs Der macht ein wenig Cosplay Wir gewinnen dieses Game, Alter Okay, ich muss einfach nur full Ich muss einfach nur komplett runterlaufen Oh Protobelt macht kein Damage über die Wand, ne? Das war grad einfach nur Instinkt Junge, wir haben dieses Game gewonnen Ich habe einfach komplett rein geintet Wir gewinnen das einfach Es ist so lächerlich Ich kann, ich kann 10-0 gehen und wir verlieren das Game Ich geh 0-10, wir gewinnen Ich verstehe es halt echt nicht Es ist halt so lächerlich Oh mein Gott, Alter Ich hoffe mein Team reportet mich letztend Ich muss dich nicht mehr Wenn du Leute geint��ική Ich mach dich nicht gleich Für dich eslio